So. Schauen wir mal. Ah, die Schwüle ist extrem, ja. Stimmt, also es ist sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Und das in Kombination mit der Hitze ist, also mit der, wie gesagt, 35 Grad ist ja nicht gefühlte Temperatur, sondern gemessene Temperatur. Und das dann noch mit dieser hohen Luftfeuchtigkeit. Wie ihr alle wisst, ist die trockene Hitze viel leichter zu ertragen. 50 Grad in einer trockenen Umgebung sind erträglicher als 30 Grad bei 80% Luftfeuchtigkeit. Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto schwieriger wird. Durch deine Videos hast du mich von 48% auf 54% gebracht. Danke dafür und deinem österreichischen Schadenbritz. Vielen lieben Dank. Ich sage aber mal so, du hast dich selbst auf 54% gebracht durch stetes Spielen und Verbessern. Wenn, dann habe ich einen kleinen Input gehabt, was super ist, was mich sehr gut freut. Aber ohne eigenen Willen dazu gibt es keine Chance zu verbessern. Deswegen Gratulation. Macht auch mehr Spass, oder, wenn man mehr gewinnt. Das ist wirklich so. Es ist zwar auch okay, wenn man verliert. Das ist nicht das Problem, mal ein Gefecht zu verlieren. Aber es macht offensichtlich mehr Spass, wenn man gewinnt. Das ist jetzt die Frage. Nein Schatz, es ist eine 1,5 Liter Coca-Cola Flasche mit ganz viel Wasser drin. Weil ich dachte, ich nehme zuerst die kleinen Flaschen, weil die kleinen Flaschen viel Platz einnehmen. Und dann kannst du die große nehmen. Das sollte nicht so sein, ich habe sie gut ausgespült. Meine Frau sagt, ich habe ihr das ganze Wasser gemuppst. Wow, das ist ja der Alex. Hör nicht auf Alex. Ich bin kein Bösewicht. Das wird jetzt kritisch hier. Hier rein zu fahren ist schwierig. Wir haben 2 Schiffe verloren in den ersten 3 Minuten. Wir sind immer noch bei Minuten 3 und 15 Sekunden. Das könnte relativ interessant werden. Das ist übrigens ein Witz. Die Figur wird mit Sicherheit nicht interessant. Aber unsere Yamato ist wirklich safe. Aber jetzt nützt auch nichts hier nach vorne. Ich drehe um und helfe der hier drüben. Ich muss die Mitte mithelfen verteidigen, wenn überhaupt. Die Republik sollte eigentlich Theorie erledigen können. Ohne Probleme. Die Yamato stösse dann auf kaum Widerstand. Sehr gut. Und dann fackern wir die Porygane ab und entfernen uns von der Schliefen. Das ist die bessere Variante tatsächlich. Wir brauchen auch nicht unbedingt was. Wir werfen jetzt einfach mal. Wahrscheinlich kommen sie nie an. Höchstwahrscheinlich sind aber sehr langsame Torpedos. Und dann haben wir wieder was zum Werfen. Wenn es drauf ankommt. Auf der anderen Seite. Yamato vs. Napoli drüben sehe ich nicht so das Problem. Naja. Mal soll sie nicht zu töten sein in dieser kurzen Zeit. Die Republik sollte jetzt eigentlich eine gute Breitseite da reinpeilern in das Ding. Oh es flieht. Okay. Nur einmal zur Sicherheit. Vielleicht treffe ich was. Vielleicht nicht. Aber sie zeigt gerade Breit. Es wäre eine Schande nicht drauf zu schiessen. Zwei Pants. Sehr gut. Da hat sie 20k. Ja gut. Das Gefecht ist super schnell. Es ist einfach super schnell. Niemand kann denen helfen. Wir sollten auch nicht weiter pushen hier. Wir sollten lieber die Napoli erledigen. Weil die Ohio hier unten ist ein bisschen schwieriger. Sicher das Selbstversenken. Ist heute Sangria Party. Hallo Fred. Schön wärs. Oh ja schau. Das ist gut. Dann können wir uns hier zur Ohio wenden. Die aufgefahren ist. Blieben wir mit Sicherheit hier diesen Kurs einschlagen. Um zum Hobel zu kommen. Frage ist wie früh werfe ich das? Kommt hier durch wahrscheinlich. Das schaffen wir jetzt. Vielleicht ist der Realer jetzt nicht lang. Ah das. Die jetzt so nah auffährt. Das ist nicht so gut. Und die ist ja oben runtergefahren. Wir haben natürlich die Pankara verloren. Kann ich nicht alleine bekämpfen? Hm. Eine Minute haben wir um die Ohio zu erledigen. Dann sind wir noch zu zweit. Oder schafft es die? Die zu rammen? Nee. Das hat sie nicht gemacht. Das war's. Das hat die Uhr. Das hat die Uhr eingebaut. Eine Frage. Die ist natürlich nicht mit meiner Hauptartillerie, weil dann bin ich offen. Ja, die haben wir elegant erledigt. Und jetzt müssen wir gemeinsam, ohne Breitseite zu zeigen, gegen die Schliefen kämpfen. Wollen wir noch schnell hier den ... Ah, das ist eine schwierige Geschichte hier. Darum kommt jetzt nämlich die Venezia irgendwo mal rum. Meine Frau toastet gerade. Toastest du gerade, Schatz? Toastest du gerade? Toasten! Ob du einen Toast machst? Dachte ich mir. Nein, ich glaube nicht, dass du etwas postest. Nein, nein, momentan nicht. Alles gut. Ich esse dann in der Padewanne. Ich schlief meine Hydrakustische Suche. Das wird hier nicht gelingen. An das, was wir vorhin gemacht haben. Oh, shit. Ah, dann kannst du deine Stirn mit der Paprika kühlen und ihn danach essen. Nein, ich möchte keine Paprika auf meiner Stirn. Vielen Dank, mein Lieber. Jaja, jetzt kommt die scheiß Venezia von hier. Jetzt muss ich auf Trollpanzerung hoffen. Weil, äh, ich kann nicht so weiter fahren, weil die Venezia hier unten sitzt. Ich brauche ein bisschen mehr von der... Ich brauche ein bisschen mehr von dir. Ich brauche ein bisschen mehr von dir. nein smoke jetzt kann ich nicht verzichten ja komm da kann ich nicht nein sagen was zum teufel das ist das einfach unmöglich hier nein zu sagen bei dieser ziterellen möglichkeit tschüss ach leck mich doch an meinem arsch das darf doch nicht wahr sein jetzt aber geh nach hause dankeschön dankeschön ja kill wäre schön gewesen mit ansagen was hat perkele wieder geschrieben danke aber der code ist bereits eingelöst was weiß nicht bei perkele ist der code immer schon eingelöst und dann bekommt er einen zweiten und der funktioniert dann bitte schön perkele hast du deinen zweiten napoli ist einfach geil in rank das obwohl wir ziemlich krass in ich will nicht sagen unterzahl waren aber dann wir haben sie schnell genug hintereinander gekillt ich versuche es mal gerne perkele zocker entner macht's gut viel spaß im pool weiterhin so so Untertitelung des ZDF, 2020